Wir stehen jetzt hier, völlig überraschend, bei einem unserer Promotion-Moped-Rennen-Teams. Und zwar stehe ich beim? MSB Racing Team. Komischer Vorname, wie heißt du wirklich? Jan. Der Jan vom MSB Racing Team. Ich weiß ja noch aus grauer Vorzeit, dass ihr sogar mal was gewonnen habt. Wie war das? Ja, wir sind hier in der Messe beim 12-Stunden-Messerennen am ersten Platz in der Tuning-Klasse. Habt ihr den Pokal noch oder habt ihr den verhökert bei Ebay? Ne, den mussten wir ja leider wieder abgeben. Fangfrage beantwortet, guter Mann. Wie sieht es aus dieses Jahr? Sollte es ein Rennen geben, was wir ja nicht wissen. Seid ihr wieder dabei? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Mehr muss man dazu nicht sagen. Freut mich, dass ihr da seid und vielen Dank, dass ihr hier auch die Promo mitmacht. Und nachher schmeißen wir die Kiste nochmal an und machen die Halle blau. Okay? Alles klar. Bis später. Dankeschön. Ciao.